In der nächsten Folge befindet sich Troy Dahl auf einem Rache-Feldzug. Sein Traum, die Weltherrschaft zu übernehmen, ist in weite Ferne gerückt. Doch zusammen mit Chlora versucht er, sein Ziel doch noch zu erreichen. Außerdem taucht der gute John wieder auf, worüber sich die kleine Sayuri natürlich grenzenlos freut. Leider gibt es jedoch ein neues Problem. Sayuri ist hin und her gerissen und weiß nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll. Schaltet also unbedingt wieder ein beim nächsten spannenden Abenteuer, der Metal Jack.